Alle zurück, du! Den ganzen Tag drauf gewartet. Dann ist alles endlich. Aber wir wollen auch voll auf der Wallen. Zahlt. Oh, der Teppich ist neu. Oh, der Teppich ist neu. Oh, von Hause. So, Mann, die kann das stehen. So, ich bitte einmal um eure Aufmerksamkeit. Alles richtig bis jetzt. Gut gemacht. Hier spricht General Robert Marsha. Schön, Sie wieder zu sehen. Unsere Versorgungsboote stehen nun für Sie bereit. Bevor Sie jedoch die paar Sekunden, brachen Sie nachvollziehen. Unsere Boote waren nie für die Zivilen einverzogen. Daher können Kinder zwischen 0,9 und 1,2 Meter nur in Begleitung eines Erwerbssteller. Alle Personen mit körperlichen Beschwerden, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können an der Besichtigungstour nicht sein. Dies gilt auch für Schwangerungsbesuch. Bitte rücken Sie bis zum letzten Platz der Reihe durch und leisten Sie Anweisungen unserer Mannschaft folgen. Halten Sie sich an den Sicherheitsbügel fest und belassen Arme und Beine innerhalb der Boote. Das Mitführen von losen Gegenständen sowie jeglicher Verzier von Nachwuchsmitteln ist während der Fahrt nicht. Aufgrund von Spionageversuchen ist das Filmen und Fotografieren verboten. Jedoch werden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit von unserer Kommandozentrale aus wie die Überwand. Ein Rauchen ist strengstens untersagt, da Sie auf der Wahl hohexplosive Gegenstände befinden. Sie könnten auch von starker Strömung innerhalb der Rien in Nasske. Das Missachten der Ihnen benannten Vorschriften kam zum Strafvollzug führen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf den Blue-Black-Air-Auswänden. So, ich hoffe, Ihr habt alles verstanden. Generell wird diese Frage mit Ja-Mä-M-Bahnwortet. Ja-Mä-M. Ich habe nichts gehört. Ja-Mä-M. Ey, das macht ja aber gut, oder? Ja. Ey, das macht ja gut, oder? Das macht ja gut, oder? Mal, reden wir Sie. Ich bin ich aber gut, delschiedenste mitigate. Ja, ich bin ich. Ich bin der corrections altk telaier und bin mir ausarlaitend. Ja, ich bin ich. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR You're all hearing the flight options to see. Initiate the evacuation mode. All available forces on flight. The vehicle, the vehicle, the flight is going on. We have no place to go into control and check in. The vehicle is equivalent to an employee. You have no time for the flight. Everything is playing under the water. All of these women will be in a hurry. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.